Dägen Er warb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite, bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Und Delor... Entehrten sie mich. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein. Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Und doch... hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Deggans Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Ja, aufgestanden. Ja, aufgestanden. Ich schulde dir gar nicht... Ich hab gesagt, na, aufgestanden. Wenn du Wissen von ihr willst, wirst du dafür kämpfen müssen. Ich hab dir was hochkippt und was ich schulde. Also Gott. Ich hab dir was... Ich hab dir was. Ich hab dir was hochkippt. Ich hab dir das hoffen. Ich hab dir was. Ohnein. Das war der erste, aber der einzigste, der mir ein Kompliment gemacht hat. Aber das ist auch nicht schlecht. Stört, du Odic. Darauf habe ich geworfen. Seit 200 Jahren. Dann will ich dich nicht enttäuschen. Hier ist wirklich jemand. Eee klar. Ich bin dein Ich bin dein Ich bin dein Ich ergebe mich. Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Suntary Krees Observatorium, wie Deggen vermutet hatte, ich habe den Weg freigemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Deggen die Stirn bieten. Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten schreue ich mich noch immer von Tenelor. Ich habe gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Was ist der Tor, wie das? Wer? Wer? Oder wer? Nur einer von euch wird Tenelor erreichen. Oder wer? Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Ja, starten. Jetzt! Jetzt! Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ich habe das Wettbewerb. Vielen Dank.